Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video von 360Football. Heute zeige ich dir meine drei Lieblings 1 gegen 1 Skills. Einmal für Anfänger, einmal für Mittel und einmal für Level Expert. Ich wünsche dir viel Spaß, bleib dran. So, kommen wir nun zum ersten Skill, das ist der Übersteiger. Ein ziemlich einfacher Trick, was du dabei achten musst. Du musst einfach das richtige Timing finden. Ich zeige dir jetzt ein paar Variationen, wie du den Trick ausführen kannst. Ich komme nun zum zweiten Skill, das ist der Ronaldo-Job. Eine meiner Lieblings-Skills. Ich zeige dir jetzt auch hier ein paar Variationen, wie du den Trick ausführen kannst. Ja, kommen wir nun zum letzten Skill. Meiner Meinung nach ein ziemlich schwieriger Skill, das ist der Rainbow-Blick. Es gibt sicher Spieler, die können das im Spiel umsetzen, aber da brauchst du viel Übung. Danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Das waren meine drei 1 gegen 1 Skills. Üb diese, ihr könnt diese überall üben, muss nicht auf dem Rasen sein, kann auch hier auf dem guten Platz. Und ja, danke fürs Einschalten. Aktiviert die Glocke, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ciao.